Sieht alles gut aus hier. System, dass sie hochfahren. Der heftige Sturm letzte Nacht war hier draußen wohl nicht so schlimm. Mal sehen, wie es bei der Radarstation aussieht. Nur geringe Schäden, wir nehmen die Station auch schon wieder in Betrieb. Ich hatte größere Ausfälle befürchtet. Ah, der Batrax bringt die Ersatzteile. Läuft alles. Dann kann ich mich auf den Rückweg machen. Hi, kommst du von den südlichen Anlagen? Ja, kaum Schäden dort. Wir hatten Glück. Wohin geht der Patrouillengang? Ich überprüfe das Quarenatal auf Lawinengefahr. Viel Erfolg. Danke, dir auch. Ich bin zurück, Nexus. Ah, Schankilflieger heute? Können die nicht bis nach meinem Kaffee warten? Nein! Nexus, was macht unsere Station? Sind wir einsatzbereit? Leider nein. Einige Antennen sind geknickt. Wir untersuchen jetzt gerade. Aber die Abwehrstation müsste wieder intakt sein. Ich habe auf dich gewartet, für den Probelauf. Danke. Genau den werde ich jetzt auch vornehmen. In ein paar Minuten wissen wir mehr, wenn der Hochlauf beendet ist. Wie sieht es bei dir aus, Paul? Noch nicht so gut. Es hat dann den Kurzschluss und der Steuerelektronik gegeben. Wir hatten keinen Funk, weder interplanetarisch noch einen Sonne. Gar nicht gut. Na ja, dann wollen wir unser Baby mal bedienen. Saubere Skin, keine Störungen. Mal sehen, was die Daten sagen. Hm, was ist das? Wir haben Kontakte. Drei Schiffe. Space Police Cannon. Scheiße. Die können unseren eintreffenden Konvoi abfangen. Ich muss was machen. Tauchen die hier draußen auf? Ausgerechnet jetzt. Die müssen wir loshören. Die müssen wir loshören. Hey, kid. Don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. My past is filled with things I won't forget. I used them all to push me to my best. So treat the waste of time just like a test. Mal sehen, ob diese Space Police Abschaum nicht wieder schluckt. Aber Kontakt. Was haben wir denn da? Einen Blacktron Invader. Wusste ich doch, dass wir etwas finden. Den schnapp ich mir. Los. Wir noch. Ha. Sie haben angebissen. Das Spiel beginnt. Achtung. Space Police hier. Blacktron Invader, Canon 7D66. Reduzieren Sie Ihre Geschwindigkeit. Wir führen eine Rosinekontrolle Ihrer Fracht durch. Was haben Sie gedacht? Morgen. Tschüss. Er beschleunigt. Maximale Geschwindigkeit. Sofort Warnschüsse, sobald wir in Reichweite sind. Letzte Warnung. Stoppen Sie Ihre Maschine. Er reagiert nicht. Macht die Raketen klar. Zwei Stück. Jawohl. Zielefassung läuft. Raketen sind scharf. Und los. Die wollen mich zum Anholzen zwingen. Haha. Nicht mit mir. Maximale Energie auf der Schilder. Die Schilder. Die Schilder. Die Schilder. Die Schilder. Mit mir. Seine Schilder sind geschwächt. NehmenPS. Besser ziehen wir nicht, aber... Mist, das war's. Haben wir dich, mein Freund. Hast dir eine tolle Show geliefert. Das gibt Ecke für dich. Roboter fertig machen zur Inspektion. Wir beginnen mit der Untersuchung des Hauptraubs. Hier ist nichts. Leer. Absolut nichts. Das ist nichts. Das ist nichts. Nein. Ich sage, wir sind die Geilsten. Aber hallo. Das wird eine fette Empfangsparte auf Haller. So einen Kuh macht mir zu schnell keiner noch. Wir bringen fette Beute rein. Hahahaha. Diese Frostbäulen auf Christo habt ihr wahrscheinlich immer noch nicht gemerkt. Das Ablenkungsmanöver war aber auch genial. Niemand hat uns im Verdacht. Und jetzt haben wir den schnellsten neuesten Superrechner in unserem Besitz. Er soll 10.000er leistungsfähiger sein als alles bisher angehen. Ein brandneues Einzelsteck. Voll leistungsfähig. Wenn er ausreichend gekühlt ist. Das ist ja bei uns kein Problem. Haha. So. Noch 5 Stunden bis Haller. Dann lassen wir es ordentlich krachen. Wir sollten uns wirklich auf den Weg nach Hallern machen. Das hier ist doch nur Zeitverschwendung. Der Käpt'n hat sich da zu sehr verbissen. Hier ist nichts zu holen. Der Flugraum ist leer. Äh. Moment. Wir haben Kontakt. Äh. Blacktron Kongo. Der dritte Sektor. Und 5 Schiffe. Schnapp doch den Kongo. Ich folge euch sofort. Das ist doch kein Zufall, dass uns der Entweiler so weit rausgedacht hat. Jetzt müssen wir Vollgas geben. Und wir dennoch abpassen wollen. Bevor sie auf den Planeten warten. Space Bullies. Mist. Warum hat uns Haller nicht gewarnt? Die nähern sich uns. Und wollen uns vor Halle abpassen. Wir müssen unsere Wartung sicher heimdrehen. Jake. Du bleibst auf Kurs. Renegades. Schutzformation 1-0. Alles klar. Höchstgeschwindigkeit voraus. Haller. Hört ihr uns? Hier Haller. Unser Funkwarteffekt. Ich hör'n euch wieder. Sehr gut. Ähm. Moment noch. Hier da hinten. Ist die Ladung verzurrt? Ja. Könnte ruppig werden. Warum ballern die Renegades die Space Bullies nicht einfach weg? In der neutralen Zone würde das zu viele Probleme bereiten. Hast du ja recht. Aber wir, die trauen sich zu nah an Haller. Das ist unsere Zone. Mit unseren Regeln. Haha. Wir versuchen uns hier aufzuhalten. Komm. Wir ignorieren unsere Provokationen. Die haben lediglich die dritten aufschließen lassen. Die haben es auf dich abgesehen, Jake. Wir müssen die Grenze zu unserem Territorium erreichen. Koste es, was es wolle. Ich geh' auf 200% Überlast. Das macht die Maschine nicht lange mit, aber was soll's. Und los. Wir haben Funkkontakt zum Konvoi. Ich hab sie auf dem Schirm. Die Space Bullies ist klappter hinter. Und holt stetig auf. Wir müssen eingreifen. Und ich weiß auch schon wie. Haha. Hört mir alle zu. Wir veranstalten ein kleines Feuerwerk. Verstanden. Ich informiere den Frachter. Er muss unbedingt auf Kurs bleiben. Victor, aktiviere die Abwehrforce. Geladen und entsichert. Zielefassung klar. Und... Feuer! ... 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